Unsere Möbelserie Oosbohnen ist komplett in Handarbeit hergestellt. Ihr elegantes Aussehen macht Sie zum Blickfang in jedem Raum. Die Serie besteht aus massivem Indoor-Teak. Das Holz ist lackiert und somit leicht zu reinigen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl von Möbelstücken in der Serie. TV-Bank, Couchtisch, Esstisch in zwei Größen, Konsulentisch, Beistelltisch, Sideboard und Sideboard mit Aufsatz, Spiegel, Kommode, Highboard, Bücherregal, Vitrine, Tische und Stühle. Wie schon gesagt, ein Blickfang in jedem Raum. Die Serie Oosbohnen.